Ich bin jetzt im dritten Lehrer bei der Firma Karl Baucher. Im dritten Lehrer habe ich bereits in verschiedenen Abteilungen gearbeitet und sehr viel gelernt. Die Arbeit ist sehr spannend und abwechslungsreich, egal ob in der Schlosserei beim Schwarzen und Zusammenbauen der Maschinen oder in der Dreherei und Fräserei. Wenn man Fragen hat, egal ob in der Firma oder in der Schule, kommen wir jederzeit an Lehrlingsausbildner oder Arbeitskollegen Fragen. Mein Ziel ist es, mein Können und Wissen noch zu erweitern und nach der Lehre den Meister zu machen. Nach der Lehre möchte ich am liebsten in verschiedenen Abteilungen arbeiten, da ich die abwechslungsreiche Arbeit bevorzuge. Kalbacher. Safety on the Road. 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 Safety on the Road.